Heute zeige ich euch wie ihr einen schnellen Pizzateig zubereitet. Die Gärzeit ist acht Stunden, so könnt ihr ihn perfekt morgens vorbereiten um ihn abends zu backen. Anschließend backen wir die Pizza auf dem Backstein von Römer Topf und ich zeige euch noch eine Variante wie ihr die Pizza lecker belegen könnt und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.